alle römer lieben freunde was geht willkommen zurück zu einer neuen folge von let's play rise of the tomb raider müssen wir hoch gehen ich glaube wir müssen hier hoch ne müssen wir auch keine ahnung scheiße ich glaube schon ja willkommen zurück wir sind immer noch auf dem weg zur kathedrale nicht mehr es heißt es gab archive tief unten die man durch tunnel aus der haupthalle erreicht aber mehr weiß ich nicht dann sind die mein ziel sei vorsichtig trinity ist schon drin es kommen noch mehr von ihnen okay ach ja oh auch nee geh weg lol du bist ja nicht mehr tot ist er jetzt tot? er ist tot okay lol auf einmal ist hier ein tiger alter auf jeden fall alles klar ich okay ich nehme das so hin ich nehme das einfach so hin ähm ja ist hier noch irgendwas ich weiß nicht ob hier noch ein geheimes Grab ist oder so sieht aber nicht so aus äh da oben ist wahrscheinlich noch irgendwas gucken wir da mal hin ganz der sieht aus wie ein relikt oder so und von hier aus kommen wir okay warte dann haben wir erst mal das relikt eine dünne geriffelte und zerbrochene pfeilspitze kommt mir bekannt vor die form erinnert an in amerika gefundene pfeilspitzen diese technik war wohl auf der halben welt verbreitet okay interessant ein bisschen holz okay okay wir hätten mit der achso wow okay die knetter hat uns auch nur hier gebracht wie war das eh? okay es war eh okay alles klar gut ich wusste gerade nicht mehr welcher Knopf das war Achtung der Kontakt zu dem Team das das Tal durchkämpft ist abgebrochen habt ihr Sichtkontakt? negativ möglicher Pfandkontakt? vielleicht auch nur Funkstörungen aber Konstantin geht kein Risiko ein okay oh mein Gott ich glaube wir haben gerade GLP getötet scheiße ich glaube wir haben gerade GLP getötet oh das wird seine Fans nicht erfreuen ach kacke aber ich habe einen coolen Namen für den Part und das war dumm das war dumm ja ich nenne den Bart einfach ich habe GLP getötet obwohl es kommt so clickbait mäßig rüber ich überlegs mir noch ich überlegs mir noch hier ist ein oh kannst du mal bitte Lara? danke jump eh oh lol oh cool okay und noch einmal das gleiche nochmal GP oh lol negativ möglicher Pfandkontakt vielleicht auch nur Funkstörungen aber komm ich seh okay so wo muss ich jetzt hin ach natürlich scheiße wieso bin ich da jetzt erst drauf gekommen ach Mensch ähm oh ich bin leise seit einem Monat gehe ich ins Forum um den Propheten zuzuhören ich trage einfache Kleidung für den Sohn eines großen Hauses wäre es ungebührlich hier gesehen zu werden es gibt Gerüchte dass die Patrizier und die Kirche des Westens den Propheten zum Schweigen bringen wollen ich kann nur zuhören und die Worte des großen Mannes wiedergeben kein Mensch hat je die Wahrheit über Gott gesagt da kein Mensch sie kennen kann das Herz eines Bauern oder Soldaten ist von heiligerer Natur als die Herzen von Fürsten und Kaisern wir alle werden von jenen getäuscht die vorgeben im Namen des Schöpfers zu sprechen kein Mensch spricht für ihn da seine Stimme der Himmel das Wasser und der Lauf der Welt ist würde ich an Gott glauben würde ich dir voll zustimmen ach Gottchen ok einfach klettern Lara einfach klettern der Beste nicht irgendwie runterfallen das wäre super ok ok ein bisschen Stuff alles klar ok oh man alter dieses Drahtseil ist so geil krass der Rhyme alter dieses Drahtseil ist so geil aha oh und wieder GLP müssen wir töten dein Ernst? bam wir töten zu viel GLPs ach Mensch muss das sein muss das sein bringen hoch alles klar wo ist er? äh? 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 despawned? what? alles klar ist er halt schon despawned ist okay ist okay kann ich mit leben oh leil oh leil bam nice schöne Sache hier müssen wir jetzt dort nein wir müssen oder? kann ich irgendwas kann ich damit machen achso oh ok dann so so nice oh ok da kamen wir nur zu dieser Truhe äh zu dieser Truhe ok das heißt nochmal da hoch oh mein Gott ich liebe sowas ich hab das da oben eben nicht gesehen man wo war's? na? wo? hä? ach da da hab ich das nicht gesehen what? alles klar alter hopp hopp ok ist gerade wieder ein bisschen Kletteraction ne? mehr eigentlich nicht hopp hopp sehr geil sehr sehr geil ok überflutetes Archiv finden sie einen Weg in die Kathedrale ja bin ich bei bin dabei da kommen wir hoch ist hier noch irgendwas zu sehen oh diese Blitze alter wenn mir kein anderer Name für diesen Part einfällt dann nenne ich ihn wirklich wie am GLP getötet wo ist Anna? ich höre sie aber ich sehe sie nicht wir haben keine Zeit mehr für Vorsicht und ich habe auch keine Geduld bei allem Respekt falls alle meine Männer da unten sterben wir sind alle entbehrlich Commander das zählt sind Ergebnisse der Einsatz ist zu gut muss ich jetzt hier rüber? ne kann ich ja nicht ne ne achso ich muss da runter oh lol kann man fallen lassen genau und rüber ach die sind auf der linken Seite also da hinter dieser Wand hier ne glaub ich dann machen sie ohne sie weiter das sieht der Missionsplan nach vorne es wird zu süß der Bote zu gehen sie ohne sie erreichen mehr haben wir aber nicht dass wir hier allein sind auch in taktisch unterstützung nein wir haben mit diesem Tal schon alle Hände voll zu tun haben sie Glauben verfolgen zu werden machen sie schneller äh ist sie hier? ich weiß nicht wo sie ist ja da 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 oh er muss da unten sein denkste Puppe oh oh ich bin unbewaffnet so kaltblütig bist du nicht Lara andererseits weiß ich warum du noch nicht abgedrückt hast erschieß mich und meine Männer töten dich in derselben Sekunde es ist das einzige das sie besser können als du sei still Anna keine Bewegung du kannst nirgends hin tötet sie los Alter okay der erste ist kaputt oh kacke alter überleg dir mein Angebot Lara bevor es zu spät ist es war schon zu spät als du meine Familie verraten hast ich hole mir den Atlas Anna alter ist ein krass guter Schuss von hier so ganz stumm wenn sie ihn nicht finden dann du auch nicht was zur Hölle Kraft ist auf dem Weg tötet sie und bringt mir den gottverdammten Atlas tut das nicht tötet die Beine ich wusste hier gibt es was weiter Schwierigkeiten sie hat die Talbevölkerung aus ihren armseligen Hütten geholt und zu mehreren Siegen geführt ich wünschte ich könnte ihr klar machen wie falsch sie liegt wie fehlgeleitet ihre Moralvorstellungen sind Notlösungen helfen der Welt nicht mehr ein einzelner Held rettet sie nicht die Idee die göttliche Quelle der Welt zu zeigen wäre lächerlich wenn sie nicht so gefährlich wäre habe ich geglaubt man könnte sie auf Trinities Seite ziehen ja aber jetzt nicht mehr wir waren uns nah sie und ich es gibt eine Bindung aber aber ich fürchte es gibt keine andere Wahl sie muss gebrochen werden und es ist möglich ich habe schon stärkere gebrochen so starke wie Lara hast du nie gebrochen niemals hier sind voll mit Federn alles klar hier gibt es sonst weiter nie okay das ist ein knapper Jump zuerst mal wieder Bogen rausholen Lagerfeuer nice wo wir angreifen können wir von hier aus nichts ne ne da ist nichts niemand nada niente geil okay mehr Abgräuzen können wir nicht machen aber Waffenschmiede und selbst irgendwas zwei Achievements haben wir gerade bekommen sehr geil ein altes Wandbild und diese Gefäße griechisches Feuer die unsterbliche Armee des Propheten mit dem griechischen Feuer waren sie unaufhaltbar okay oh oh dieser Geruch oh nein lebendig verbrannt alter Das ist noch nicht lange her, oder? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich denke mal die Unsterblichen irgendwie. Ich sehe nichts. Ob es wohl noch entzündet werden kann? Ja. Der Atlas. Holen Sie den Atlas aus dem Motiv, über Trinity es tut. Okay. Aber erst mal das hören. Einige glauben, der Prophet sei Gottes wiederauferstandener Sohn. Aber er weiß dies von sich. Einige preisen seine Taten als Wunder, aber er entkräftet solche Behauptungen. In seiner Bescheidenheit sehen seine Anhänger die Wahrheit seiner Botschaft. Veränderungen kündigen sich an. Ich habe mein bisheriges Leben hinter mir gelassen und mich ganz den Propheten verschrieben. Ich verbreite seine Kunde und bringe andere dazu, sich dem anzuschließen. Aber dies hat die Oberen verstimmt und die volle Aufmerksamkeit der Kirche des Westens geweckt. Ich höre hier. Irgendwas habe ich hier gerade gehört. Oder es war draußen. Das weiß ich nicht. Das kann auch sein. Oh Gott, es wird gleich einen Kampf geben. Ich wusste es. Ich wusste es. Der Schlüssel zu allem bekommen, okay. Nein, daneben. Achtung! Bei mir, bei mir! Er schießt ihn, aber trefft nicht das Paket! Digger! Okay. Wir sind ein paar mehr weniger. Heilige! War es das? Ja. Ich glaube schon. Heilige! Ja, Erz nehme ich mit, Da wäre ein Molotow gewesen, alles klar. Warum habe ich gerade eben eine Rauchbombe eigentlich gebaut? Ich dachte, ich baue eine Explosionsbombe irgendwie. Aber habe ich leider nicht. Als ob ich ihn nicht getroffen habe. Okay, komm! Komm! Okay. Einfach reinballern. Irgendwas werde ich ihn töten. Es ist halt einfach übel dunkel. Das ist nicht, Bitch. Hure! Ja, okay, geh. Bring deinen eigenen Typen um, Alter. Nice. Du bist ein Held. Oh, meine Munition. Ohne Witz. Bin fast leer. Okay, jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr. Aber auch nicht unbedingt Beel und der Bart ist vorbei. Merke ich gerade. Und ich glaube, da hinten ist ein Lagerfeuer. Okay, nein, es ist Schwefel. Oh, shit! Oh, shit! Hier kann ich hoch. Leryl, tauch auf! Tauch nicht auf, okay. Okay! Huh! Das war's. Hier mit dem Akkord. Oh nein! Okay. Wir haben die Taucher auch ausrüstung. Geil! Atemgerät. Sehr cool. Nice! Okay. 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 Einfach nur raus, bitte. Irgendein Lagerfeuer finden, wäre ganz geil. Scheint so. Den Lagerfeuer, komm schon, gib mir ein Lagerfeuer, bitte. Irgendwo? Nein? Hier oben. Hier gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Ah. Komm schon, Lagerfeuer. Ähm. Wo geh ich grad hin? Da ist mein Ziel und hier oben bin ich grad. Okay. Ich würde sagen, hier... Scheiße! Moss! Dillon hat's erwischt! Was? Dein Fall! Er ist... Er ist tot. Etwas hat ihn gepackt. Wir sind übrig. Wir müssen weiter... Warte mal bitte. Lagerfeuer, kannst du ja nicht mehr durch? Okay, wir machen hier... Bernden wir jetzt die Aufnahmesession. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Na, wie weit sind wir gekommen? 2%! Wow! Wir sehen uns bei... Das nächste Mal wieder. Haut da rein! Was... Ich hatte... Bei... Ja... einen tisch... ... in... ... という... Aber...